Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Alter, ich schwöre, ich bin jetzt ein Gangster, Alter. Also, warum war diese Maske, die steht gar nicht oder so. Ey, was geht, Alter, was geht, Berlin, geht's euch gut, Mann? Ja, heute, wir reagieren wieder. Oh, no, ich hoffe, die Kamera ist jetzt ein und so. Also, heute reagieren wir auf Pepper Witz, meine Familie ist auch da. Und ja, ich schwöre, viel Spaß. Gangstalarme. Wie gesagt, heute reagieren wir wieder auf Pepper Witz. Und der Titel des Videos heißt, Pepper Witz trinkt das Wasser weg. Australien, Pepper, YouTube, Kacke. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein und labern gar nicht so viel. Viel Spaß. Jeden Sonntag live um 16 Uhr. Folgt mir. Genau, folgt mir mal gerne auf Instagram und TikTok. Hey, erst mal Deadpool aus Fortnite, genau, aber er geht's nicht. Willkommen. Okay, es geht schon mal cringe los. Oh, weh. Äh, okay. Willkommen an unserem Picknickplatz. Mit unserem Picknickbaum. Es ist der ein... Mit unserem Picknickbaum. ...unzige Baum hier. Ja, gut. Boah. Haben Sie vielleicht ein bisschen Wasser? Aber klar, Wasser ist sehr wertvoll hier draußen im Outback. Ähm, okay. Wir brauchen alle Wasser. Also nicht... Einfach so von oben. Geht. Verschwendet. Wir brauchen alle Wasser. Ahaha. Der... Der... Der benutzt es einfach dafür, um sich zu waschen. Und die anderen haben einfach kein Wasser mehr. Frisch und kühl. Ja, jetzt gibt's nichts mehr. Papa! Du sollst damit rumspritzen. Und nicht trinken. Äh. Äh, okay. Jetzt machen wir ein australisches, schönes, traditionelles, australisches, traditionelles, schönes Picknick. Sollen. Okay, wir haben verstanden. Wer redet denn so? Wir Holz für das Lagerfeuer sammeln? Ich hab gedacht, es wäre da warm genug. Ähm, ja. Ich glaub, das sieht man auch. Wir brauchen kein Haus. Wir haben doch Gas. Ähm, okay. Hoffentlich hat mich niemand gesehen. Das bezweifelt. Känguru hat einen Gas. Wenn wir zu Hause picknicken, picknicken wir zu Hause. Ah, krass. Wenn wir zu Hause picknicken, pickn die zu Hause. Fast laber ich. Sprachen lernen, babbel. Picknicken die zu Hause. Also hier kommt uns Freunde sicher nicht besuchen, mitten in der Wüste. Hoffentlich hat mich niemand gehört. Das wird ein bisschen schwarz gerade. Essen ist fertig. Wer möchte gerne einen Maiskolben? Hurra! Alle lieben Maiskolben. Einfach so Totenstille. Warum nicht? Jetzt könnten wir etwas spielen. Ich hab einen Cricket-Schläger. Ob wir Cricket spielen? Kick-Kick. Und wie spielt man das? Man schlägt den beim Mörbnis-Elschnäpp-Sass. Man schlägt den Schläger mit dem Schläger. Man schlägt den Schläger mit dem Schläger. Wenn er gefangen wird, ist man raus. Fertig, Peppa. Du bist raus, Peppa. Schorsch ist raus. Oh, der Arme. Du bist dran, Peppa. Schorsch ist raus. Guter Schlag, Peppa. Hier gibt es... ...sweit und breit nur einen Baum. Und... Oh, weh. Sie haben gerade den einzigen Baum in Australien zerstört. Gut, Peppa. Anzeige. Frau Peppa hat den einzigen Baum in Australien gefällt. Anzeige ist raus. Mit freundlichen Grüßen. Das ist die beste Anzeige, die ich je gelesen habe. Oh, weh. So, das war's wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich supporten wollt. Unten in der Videobeschreibung. Da habe ich wunderbare Immongen-Ersockungen für euch. Ja, da könnt ihr mich gerne unterstützen. Würde mich sehr, 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 sehr freuen. Auf jeden Fall, mich würde es auch noch extrem freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo, ein kostenloses Liken und einen sehr netten Kommentar da lasst. Ihr könnt ja gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie euch das Video gefallen hat. Würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, Sunny, wir uns jetzt wieder aktiv. Er streamen. Er geht auf YouTube, Kacke. Sunny, machen wir Let's Play. Und so weiter. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Gangsta Llama.